So, herzlich willkommen, hier einen schönen guten Abend an alle Zuschauer, die hier sicherlich nicht das Bob-Match zwischen den beiden Alternate-Teams geben. Ja, hier gibt es richtiges Sails, nämlich AL gegen NIP in der ESEA in Vice Season Nummer 13 in Europe. Alle Spieler sind mittlerweile dran. Und wir werden das hier die letzten Ready eingeben. Und passiert auch in diesem Moment. NIP wollte jetzt CTA müssen als Terrorern und das könnte vielleicht AL in die Karten spielen. Für alle, die meinen Facebook-Post gelesen haben, ich glaube, heute ist was drin für AL. Ich hoffe es zumindest auch. Deren Formkurve steigt auf jeden Fall in letzter Zeit. Zeigen ganz solide Ergebnisse, drücken gut um. Scheint sich als Team auf jeden Fall jetzt schon mal richtig gut gefunden zu haben, seitdem Schneider dabei getreten ist. Der hier wie immer mit dem Nickname Schicksie-WOW aufläuft. So, und die Pistole ist live. Pronax macht allein den inneren Spot. NIP mit Contact White Walls. Wir werden da also auch auf Pronax treffen, der da extrem komisch Füße zielt. Also ich erkenne da WTF, was ne Flech. Das habe ich noch nie gesehen. Kann aber noch den Fast-Fact setzen. Sehr stark. Schneider mit da. Aber Pronax wird ausgemooft. Boah, Getrad, zwei schöne Headshots. Warum kann geplantet werden? Die HE sitzt scheinbar auch... Ja, die ist richtig gut. Boah, der ist so noch schwer für AL. ADL holt die Überzahl raus. Trotzdem zwei Spiele low. Und Forrest auch oben mit... Diegel. HI hat nicht gesessen. Boah, schön. Kann direkt den Planter holen. Den zweiten auch noch, der hochpusht. Und legt an. Jetzt kann es einfach easy runterspielen. Sneed hat nicht mal einen Kitz. Okay, das liegt auf Spot. Er muss... Durchziehen, was er auch nicht gemacht... Okay, er hätte nur noch ein bisschen Zeit gehabt. Aber Forrest, er war zu stark. Nipp einfach viel zu gute Position. Und da geht die Pistole an die... Besseren Schweden. Vermeintlich besseren Schweden. Schade, war aber ein gutes Opening von Pronax. Interessante Flash. Wo hat er die genau hingehauen? Ich glaube hier oben an diesem Pfosten, an dem Pfeiler. Dann kommt die direkt wieder runter. Also... Nett auf jeden Fall. Werden wir vielleicht demnächst... Nochmal sehen bei ihm. So, außen ist ein Nipp schon raus. Sitzt da auch die Frags. Mal sehen, was Schneider noch von hinten machen kann mit Max7. Auf die Deshans leider... Nicht so viel. Somit nur GetRight gestorben in der Pistol... Äh, in der Eco... 2 zu 0 Nipp. Ich stream den Kampf der Geschlechter nicht, nein. Ich habe ein letztes Mal gestreamt. Das Watt müsste es eigentlich auch noch irgendwo geben. Weiß nicht, ob es irgendwen noch interessiert. Kann sogar sein, dass ich das auf YouTube hochgeladen habe. So, Nipp wieder souverän hier in der Eco. Ah, Fiflan könnte er vielleicht noch machen. Der hat das eh defensiv gespielt. Keine Chance für Litter noch einen einzuziehen. So, jetzt geht es an die Waffenrand. An die großen Gewehre. Und keine Awe bei Schneider. Oder bei... Äh... Ja gut, eigentlich Schneider schon so Main-AWP. Doch bin ich gespannt. RDL hat mir am KG letztens richtig gut gefallen. Mal schauen, ob das heute genauso gut streamt. Äh, gut streamt. Macht sich nie gut, Kommentare zu lesen und dabei was zu sagen. So, ja. Smoke ist wieder relativ weit hinten. Aber Nipp schon raus. Am Spot. RDL kann in den ersten Sätzen. Wird gerefriert von Fiflan. X ist auch erfolgreich. Wird aber vom Zett geholt. Sogar Überzahl. Gut rausgespielt von Schneider. Beide hinten am Poppe. Boah, hätte schon durch die Smoke. Auf dem Poppe letzter. Wird angesagt. Gepusht von Schneider. Und AL überlebt hier mit drei Mann. Können noch ein bisschen Equip vielleicht einsammeln. Diffuse geht auch easy durch. Boah, der war Nipp übelst schnell auf dem Spot drauf. Habe ich selbst gar nicht genau gerafft. Hier wurde auch die Bombe gelegt. Also wichtig hier direkt die erste Equip zu holen. Und AL überlebt wir Fiflan. Legt direkt Mitte an. Oh, er wird mit den First Back belohnt. Die AE-Stars sind nicht mal wirklich. Aber gute Smoke. Da kann wieder instant die Bombe gelegt werden. Also super schnelles Spiel hier von Nipp. Schöne hat schon aber von RDL. Sneal auch mit AK. So ein AK-Monster der Typ. Zweiten kann er setzen. Wieder Überzahl für AL. Aber Get Right mit einem schönen Move. Kommt sehr spät verzögert. KG raus. Vielleicht gegen... Pronax ist das wichtige Duell. Was er leider verliert. Sah da wirklich nicht gut aus. Den hätte er machen können. War jetzt nicht enorm schwierig. Und deswegen Sneal jetzt auch am safen. Schade, wenn Pronax da wirklich den Frack macht. Haben sie die Überzahl. Sie haben auch einen Kit. Bitter. Aber natürlich perfekt gespielt von Get Right. Kommt da sehr spät KG. Kommt da einen easy von hinten machen. Gegenflächen. Und dann halt Pronax noch killen können. 4 zu 1 die Führung. Hier am achten Spieltag. Oh, der AL muss sparen. Das ist natürlich bitter. Dann darf man schon als City starten. Und dann geht man hier so früh in den Rückstand. Und innen ist komplett frei. Man spekuliert ja komplett auf außen. Get Right deckt da nur hinten Popper ab. So, innen ist schon eingenommen. Nip weiß es jetzt auch. Eine kommt auch Popper. Was war das denn für Get Right? Eine kommt von hinten. Boah. Schöne Frack von LDL. Muss jetzt ein anderer auch übernehmen. Nip habe auch schon vorne dicht gemacht. So, innen will ich hier noch ein paar Exit Fracks. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Sneal könnte da vor allen Dingen gleich noch was machen. Wenn sie wirklich Z abhauen. Ja, schade. Machen sie nicht. So, zwei RKs. Ja, für Flanke da auf Base. Also zwei RKs aus der Runde geholt. Kann sich sehen lassen. Wundert mich schon ein bisschen, dass man hier ohne Aave spielt. Natürlich Train prädestiniert dafür. Die Frage, ob es bei EZ auch sowas wie Finals gibt. Ja, gibt's. Und zwar kommen die Top 4. Die vier besten Teams. Sind qualifiziert für die Finals. Und genauso in der US-Division. Sind auch die Top 4 dann qualifiziert. Somit wird es ein Global Finale quasi geben. Mit den vier besten europäischen und vier besten amerikanischen. Teams. Wann das stattfindet, steht glaube ich noch nicht fest. Wo? Ich glaube in den USA. Oh, bitteres Timing dabei, Litte. Boah, ich finde, der hat schon von Sneal. Boah, Sneal, man. Wieder unglaublich stark mit AK. Sowieso eine seiner Lieblingswaffen. Abgesehen von der Farmers. Kann er hier seinen vierten machen? Boah, kann er machen. 4K von Sneal mit AK. Und einer mit PC. 2000 war das, glaube ich. Starke Runde von ihm. Gut geaimt. Bitteres Timing von Litte. Aber Nip. Auch ganz cooler Move darunter. Direkt die kleine Rampe. Frieberg mit einschnüller Smoke. So, wo die landet. Kloppt da auf. Boah, geile Smoke. Die ist richtig gut. Vor allem, er lässt sie einfach nur los. Boah, wieder direkt Plants. Sneal. Oh Gott. Hätte sich vielleicht auf dem Clant fokussieren sollen. Hat es aber schon halt spät gehört erst. Aber es kriegen wieder die Fracks. Schade, dass Pronax ist über hinten gepusht. Der wurde abgedeckt. AL aber wieder Überzahl. Wieder beide hinten poppe. Also ganz ähnlicher Spielverlauf. Wie schon mal. Oh, Sneal. Boah, er kriegt den. Beide haben Kit. Das geht easy durch. Also sehr schön. Außendeckung steht doch ganz gut. Auch wenn Nip da immer zum Bompland kommt. Habe ich so auch noch nie gesehen. So, und die Smoke war irgendwie hier einfach hinstellen. Hätte sich glaube ich dieses Müllding hier genommen. Und hätte es dann einfach irgendwie hier glaube ich losgelassen. Moment, die ist hier irgendwie noch aufgekommen. Und dann der runter. Also, da müsste man sich nochmal die Demo angucken. Aber coole Smoke. Kann man sich abgucken. Faculty übrigens gestern auch noch am trainieren gewesen. Haben sich auch noch ein paar Smokes ausgedacht. Für Train. Wir sind glaube ich morgen gegen Barry Games ran. Bin ich auch sehr gespannt. So, schnelle Zugriff finden. AL. Diesmal Push Nip aber vor. Also sie haben sich jetzt auch dazu entschieden vorzupushen. Nicht hinten am Pop immer defensiv zu stehen. Und das scheint ziemlich gut zu klappen. Auch wenn RDL da sehr gut steht im MTB. So, 1-2 für Pronax. Kann er vielleicht vorhin sein kleines Aim-Missgeschick wieder wettmachen. Nip spielt es einfach zu gut, zu defensiv. So wird das Set von Tim mit da auch angesagt. Hat er fused er vielleicht sogar? Ne. Schade. Boah, er hat ein Kit. Ah, nein, hat er nicht. Sorry, ich habe ihn doch geguckt. Ach, er macht zwar beide Fracks, aber die Bombe geht hoch. Stirbt dann auch am Ende. Schade. Hätte er vielleicht ein Kit irgendwo picken können. Ich sehe jetzt keins. Schade. 6-3 die Führung für Nip. Und das sieht sogar so aus, als ob sie es safen müssen. Ne. Sneed konnte da legen. Ich meine, auch wenn 6 Runden jetzt schon ziemlich viel sind, ist es, finde ich, noch kein Beinbruch. So, Pronax bützt ja echt immer so. Der springt, glaube ich, auch hoch, damit die Flasch schneller kommt. So, Brownholds eingenommen. Verschieben tut jetzt Schneider. Jetzt wäre natürlich eine AWP optimal. Also, ich weiß nicht. Ich werde da Pronax auch nichts vorwerfen, aber die... Das Verschieben ist nicht gut geplant. Nip spielt das aber auch wirklich perfekt. Sie haben da so viel Raum an der kleinen Rampe. Sie nutzen es einfach aus, dass sie da so vorgehen können. Sie zielen dann einfach ab. Spekulieren drauf, dass da einer Z verschiebt, was ja auch der Fall war. Und dann auf die Distanz. Oder halt der rumziehende ZT hat da eh den Nachteil. Er hat nicht eine AWP, dass er gut vorehmen könnte. Ach, bitte. 7-3. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie jetzt... Ich weiß gar nicht, ob sie Doppel-Eco brauchen. Ich glaube, mit AWP würden sie hier noch wesentlich mehr reißen. Die E-Co wieder. Null Probleme. Für Nip. Boah. Schön aufgepasst von Forrest. Direkt ein Headshot von RDL. Und nur noch Schneider. Im Inneren. Wird schon gejagt. Ach, das ist gejagt. Wird abgezielt. Somit schon mal die Halbzeit an Nip. Schade. Ja, aber Frieberg und Forrest hätten da gut und gern mal sterben können. So, wie sieht es jetzt gelbmäßig aus? Leider nicht so prall. Demzufolge leider keine Arbe. So, jetzt müsste aber Pronax vielleicht mal innen was umstellen. Vielleicht mal direkt aggressiv gehen. Vielleicht auch zu zweit. Wenn Nip da wirklich so schnell, so früh immer vorkommt. Können wir vielleicht da mal mit Hi-Ace arbeiten. Frieberg direkt... FFLahn wieder direkt am Anlegen. So, große Arampe wird gezielt. Aber viel Schaden gemacht an beiden sogar. An Xist und FFLahn. Direkt drei da. Ah, der zieht doch nochmal rum. Das ist unnötig. Das Durchschneider könnte außen ein Fleck machen. Aber T-Mitte ist noch einer. Getwett hört natürlich auch die Verschieber. Kriegt einen Verschieber. Kann jetzt seinen Mates ansagen, dass sie vielleicht zurückkommen können. OZ könnte vielleicht noch angesagt haben. Finde ich eine schlechte Entscheidung von Nip jetzt wirklich auf den Inneren zu gehen. Nachdem der Äußere eigentlich komplett frei war. So, beide können sich jetzt auf große Arampe konzentrieren. Oh, die HE könnte nochmal wehtun. Ja, tut richtig weh. So, 1 on 2 für Getride. 1 on 1 für Getride. 5 HP aber nur noch. Das muss RDL machen. Getride hat keine Bombe. Da sieht er die Füße. Und RDL macht's. Schön gespielt. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach Fehlentscheidung von Nip, dass sie dann wirklich nochmal auf das Innere gehen. Nachdem Catred da die Schieber gesehen hat, eingeholt hat, hätte er eigentlich weiter stehen können. Die Z-Spieler aufhalten können, sodass seine Mates halt die Zeit kriegen, um rüber zu schieben. Aber halt Nip auch nicht fehlerlos immer. Somit 4. Runde für AL. 4 stehen noch raus. Ne, 3 stehen noch raus. Sorry. Vielleicht wird es ja sogar noch ein 8-7. Oh, jetzt endlich pusht man mal Inneren. Mit Shoxi Pronax. Unerwarteter Move. Man gibt aber Gas. Oh, schönes Timing. Nice. Sehr gut von Pronax. Gut die Gunst der Stunde genutzt. Bomber auch down. Oh, links aufpassen. Erstmal hoch. Schneider. Da sieht er ihn. Ah, nicht pratzen. Schön. Pronax kriegt seinen dritten. Aber Nip, Faur ist oben in den White Walls. Catred zieht sich auch hin. Die beiden müssen sich jetzt richten. Die beiden vermeintlich, oder vermutlich besten, Spieler der Welt zur Zeit. Schneider spottet er ein. Ne. Pronax war es sogar. Faur ist bekannt. Hat die Bombe auch. Innen müsste mal schnell gedeckt werden. Faur ist spielst aber langsam. Kurzgefühl. Oh, ein Peek zu Gehabe. Gar nicht mal so eine schlechte Entscheidung. Okay, wollte nur noch einen leichten Peek. Und wird es von hinten geholt. Schön durchgepusht von Sneal. Und richtig, richtig starke Runde von Pronax. Gutes Gas. Ist das Risiko eingegangen. Hat sich vollkommen ausgezahlt. Nip war da dann nicht bereit, nach hinten zu decken. Ist einfach durchgestrahlt. Zwei Flex bekommen. Den dritten auch noch. Sauber. Hey, sogar 283. GoTV Zuschauer. Haben die jetzt vielleicht doch noch ein neues Relay? Oder? Ah ne, jetzt wieder 200. Okay, ich glaube, da wollen immer die ganze Zeit welche versuchen zu connecten. Und dann werden sie wieder gekickt. Also das sollte man der ESA eigentlich nochmal mitteilen. Da mehr Relays zu schalten. Wieder der Go-Aus. Wieder die Smoke. Wieder konnten sie gelegen. Das ist übrigens nur eine Eco. Ja, der ist schon ein Todeskampfter KG. Oh, ein Get-Ride wieder ultra schimmlig. Na, wo ist er? Scheint aber bekannt zu sein, ja. Boah, und er kriegt den Frack. Wie viel Flan kriegt den auch? So, Get-Ride zu positiv ist bekannt. Er hat eine Waffe bekommen. Oh, Flash sogar auch noch. Doppelflash. Ronax muss da defusen. Ah, defuse geht durch. Boah, aber richtig knapp gemacht die Runde. Get-Ride einfach so... Boah, nice. Schöner Headshot noch. Äh, äh. Ja, einfach wieder richtig gut gemacht von Get-Ride. Der ist so lange hinter der Kiste zu warten. Um da einfach wieder den Up-Fucker zu spielen. Den Joker von hinten. Letzte Runde der ersten Halbzeit. Es könnte, wie gesagt, wirklich noch ein 8-7 werden. So, Ronax wieder oben. Schneider unten. Friebeck gekillt. Shit. Äh, Schneider hat verschoben. Ronax sieht sie da auf jeden Fall durchlaufen. Sagt's auch an. Müsst er... Ach, Schneider. Ich wollte gerade auf ihn wechseln. Ach, zum Glück kriegt Ronax noch einen. So, wo sind denn die Mates? Sneal ist schon da. Gut reingepusht von Get-Ride. War ein wichtiger Frack. Wird aber direkt gerefakt. Noch wichtiger. Und jetzt für Flan gegen 3. Ist komplett eingekesselt. Hat eigentlich keine Chance zu legen. Schön durchgepusht. Auch von Sneal an der 3. Aber dann wird er auch mit dem Frack belohnt. Und da ist es noch das 7-8. Sehr, sehr schöne Halbzeit eigentlich von beiden Seiten. Nip. Einfach richtig viel Gas immer außen. Die Smokes lagen perfekt. Sie haben so früh über die Bombe legen können. AL aber hat auch gute Retakes gefahren. Innen war ab und zu immer offen. AL hat sich aber da relativ gut drauf eingestellt. Jetzt am Ende war es nochmal knapp. Aber... Äh... Ja, AL hat es dann doch noch drehen können. Sonst bin ich gespannt auf die zweite Halbzeit. Mit der Pistole ist hier auf jeden Fall einiges drin. Und ich schau mal eben... Ich glaube die anderen Spiele wurden verschoben. So wie ich das sehe. Ja, okay. Also hatte... Einer... Einer hatte nämlich eh gefragt, warum ich nicht ESC gegen Curse mache. Da hat sich das ja jetzt eh erledigt. Ich hatte geschrieben, dass ESC das eh relativ easy holen müsste. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt eh... Ähm... Erledigt. Da es einfach nicht stattfindet. So, nachher... Ich weiß nicht, ob ich... Bei Extensive 3D Max rein schalte. Müsste ich eigentlich tun. Weil bis Maus anfängt 22.30 Uhr ist hier schon noch ein ganzes Stück Zeit zwischendrin. Aber erstmal hier das Spiel zu Ende gucken. So, auch Al hat Smokes getrainiert. Ah, gute Flasch von Sneal. So, und auch sie legen direkt. Bumble ist durch. Oh, Nip kriegt aber alle Frakes der Welt. Oh, Todeskampf bei Sneal. Äh, bei Lidde meine ich. Und Sneal stirbt auch. Easy Round für Nip. Aber auch hier haben wir einen schnellen Plant gesehen. Und das ist ja manchmal gar nicht so unwichtig. Oder... Wenn man schon die Runde verliert, sollte man wenigstens noch die Bombe legen. Damit man wirklich eine dritte Runde kaufen kann. Ich glaube, ich sollte öfter mal hier so Overview-mäßig zeigen, wo die Smokes und so überall hinfliegen. Ist eigentlich ganz interessant. So, damit sprechen wir hier auch Full-Eco sehen. Macht hier wirklich auch keinen Sinn, irgendwas zu kaufen. Vielleicht schafft man es ja sogar nochmal die Bombe zu legen, wer weiß. Ganz auf die Frage, gegen wen trainiert Nip? Ich meine, die klatschen doch eh alle. Ähm, nö. Also... Mag man zwar denken, aber Nip verliert schon... Also ich... Ich hab schon ab und zu mal gehört, äh, von... Spielern, die gegen die Trainierte, sie gegen Nip gewinnen, also... Sogar... Sogar ein Faculty hat schon mal gegen Nip in einem PCW gewonnen, also... Das ist nicht so, dass Nip in Trainings unbesiegbar ist. Äh, und Trainingshilfe sind ja sowieso nicht dazu da, um sie zu gewinnen, sondern einfach um Sachen auszutesten. Um, äh, ja, einfach Spielpraxis reinzukriegen, etc. Es geht eigentlich überhaupt nicht wirklich ums Gewinnen, deswegen werden auch meistens auch alle Runden ausgespielt. Also, alle 30 Runden. So, wie gesagt, der angesprochene Kauf... Mal sehen, wie Getrad das handelt. Na, er handelt es an, dass er smoked direkt. Und auch All nutzt die Gunst der Stunde, fährt direkt raus, kriegen auch den First Stick. Stark von Pronax. Gute Ansage, sind jetzt innen drauf. Pushen auch vor. Aber es wird da angesagt, ist da schon unter Druck. Auch es exist unter Druck. Gute Flashes von der All davon. Das hält Nip natürlich enorm auf. Trotzdem sind die Frags noch schwierig zu setzen. Und Steel über Z. Oh, nice. Was ein geiles Spray. Schön rübergezogen. Was ein geiles Timing aber auch für ihn. Er wollte gerade den töten, der oben drauf war. Und dann springt hier noch einer rein in den Sprüh. Trotzdem Nip. Zwei gegen zwei gedreht. Schönheitsstatt von Lidde. Und jetzt hat Fyfland einfach... Sieht ja kein Land mehr. Man muss da weg. Wird auch noch Gold von Lidde. Sehr, sehr starke erste Runde von AL. Von den Jungs rund um Pronax. Der da... Ich hab's heute leider noch nicht rausgefunden, wer da ansagt. Aber ich vermute einfach mal ganz stark Pronax. So. Oh. Und Nip kauft. Und da hab ich schon Max 7 bei Get Right gesehen. Oh, gut. AL geht dem Ganzen aber gut aus dem Weg. Oh. Aber Nip kriegt die Frakes von hinten. Und CT Top wichtig. Guter E. Guter E. Oh. Die sitzt auch sehr schön. Drei gegen drei. Oh. Krass Runde von... Schneider. Von hinten kommt keiner. Bumbe kann wieder am... An der Tonne gelegt werden. Boah. Forrest. Krass Runde. 2K von ihm. Macht die Runde knapp. Füße gesehen bei Schneider. Er könnte sogar das Ace machen. Boah. Guter Laufweg. Gut. Ah. Nein. Er hat ihn, glaub ich, nicht mal gesehen. Nee. Er kriegt den Headshot. Geht nicht raus. Macht er gut. Boah. Ob der Diffuse reicht? Ach, er hat sogar einen Kitz. Alter, krass. Nip gewinnt diese Low-Equip-Runde. Ach, Mann. Wie bitter. Schade, dass Schneider dort am Schlitz getötet wird. Wenn er da ganz weg geht, dann haben sie es eigentlich safe. Ach, bitter. Fing so gut an. Ach, was heißt... Nee, das fing ja nicht gut an. Die haben es so gut gedreht. So, im Inneren haben sie gelegt. Somit eine Eko auf jeden Fall. Smoke, Base, Neil. Noch eine Flash, aber das ist noch ein Fake. Das geht Richtung Get-Ride, der dort nur zwei machen kann mit seinem Spray. Shiva ist für Flan. Kann auch direkt... Noch einen mitten im Metall E, aber die Bombe wurde gelegt. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht enorm wichtig war, aber... Dadurch natürlich nochmal 800 Dollar extra. Gut fürs Portemonnaie. Gibt ihn jetzt vielleicht auch die Möglichkeit, auf Arbeit zu gehen. Das erste Mal in dem Spiel. Mal gucken. Nee, echt? Also... Krass. Wundert mich schon ein bisschen. So, wer ist der Top-Spawn-RDL? Auch hier ist Smoke. Ah, die landet hinterm Spot. Ja, eigentlich auch nicht so schlecht. So, aber innen wieder Contact. Außen ein bisschen Fake. Ah, RDL raus. Wird schon Flan geholt. Jetzt... Get-Ride den Contact angesagt. Get-Ride ist allein. Nimmt einen mit, mein Herr E. Ruft da gut am Zug. Schießt auch richtig, richtig gut. Oh, hat Sneal. Nee, Pronax ist jetzt am Spot. Oh, kriegt auch einen Strafe-Schuss direkt. Sneal aus in das Duell. Oh, das ist so krass. Und Pronax ist oben reingekommen. Jetzt stirbt leider Sneal. Wenn er da noch einen macht, haben sie es two and two. Ach shit, ich wollte gerade rüber wechseln. Get-Ride kann da auch noch sein. Dritten in der Runde machen. Starke Defense am W. 13,8. Ach, Mann. Wenn sie diese Low-Cip-Runde nicht abgehen, dann hätten sie die Anschlussrunde, hätten vielleicht sogar ausgleichen können. So, aber leider... So zieht jetzt Nipp leider davon. Immer weiter davon. Auch wenn mir die Taktiken ganz gut gefallen bei all... Außen Fakes und dann so ein Instant-Bego... ...klappt eigentlich an sich auch von... Oh, nice. An sich, wenn man es anguckt, dass nur einer am Innen ist. Aber leider Get-Ride da einfach zu stark. Vielleicht sollte man das einfach ändern. Also die Taktik genauso aufziehen. Oh nein, da wird ja nicht ernsthaft geneift. Oh, wie bitter. Das schlägt aufs Gemüt. Also was ich sagen wollte, die Taktik ist eigentlich geil. Aber vielleicht anstatt kleiner Rampe rauszugehen, große direkt. Da läuft mir natürlich Gefahr gegen eine A-Wid zu spielen. Aber wenn man da außen fällt, geht man ja sowieso davon aus, dass nur einer am Innen ist. Und der dann wahrscheinlich eh close steht. Mit M4. Und wenn man dann großer Rampe rausgeht, zu zweit. Vielleicht sogar auch nur zu dritt. Ich weiß nicht. Dann kann Get-Ride da weniger machen. Weil dann kann er nicht mehr so am Spot ausmoven. Ja. Und jetzt erst einmal endlich Schneider mit Awe. Fürst, der konnte auch setzen. Sorry, dass ich das jetzt verplappet habe. Wir sind draußen. Schön. Exist, die schienen da irgendwie blind zu sein. Und Top auch angesagt. Roland, es kommt nochmal mit einer Smoke nach. Der Elm mit der Bombe. Warum legt der nicht? Unnötig hätte die Freaks gerade kassiert. Oh, schön von Schneider. Aber tun, tun. Wieder eine richtig knappe Runde. High-Earth-Spot. Sitzt leider nicht. Oh, Füße gesehen. Bombe leider vorne und down. Immer noch einer am CT-Top. Schönes Pre-Aim von Pronax. Sehr gut prediktet. Ach, das stimmt da leider auch. Schneiders Pussy ist auch bekannt. Nice Shot. 3K von ihm, aber get right. Krasse Pussy von ihm. Einfach wieder Weltklasse gespielt. Holt hier das Draw schon mal für sein Team. Also was heißt das Draw? Die Overtime sichert er schon mal. Draw gibt's ja nicht. Ach man, da gehen sie schon auf Awe. Er kriegt den First-Fake und dann können sie es trotzdem nicht ummünzen. Bitter. Aber es zeigt natürlich auch die enorme Stärke von Nip. So, innen legen sie direkt an. Boah. Da war Fifler ein bisschen zu spät. So, wie gesagt. Jetzt ist Getrat unter Druck. Jetzt ist da auch kurz Rampe einer da. Oh nein. Der zieht sich leider zurück. Aber es ist nur ein Fake, oder? Fake wäre jetzt richtig gut. Es ist noch einer am KG. Mitte. Ah, sie müssen sich schneller spielen. Wenn jetzt ungefähr der Draw kommt, hätten sie nur zwei am Spot. Bonax wartet dann noch, ob da einer pusht. Okay, jetzt sind es trotzdem nur zwei. Lidder hätte da jetzt schon mal ein bisschen was machen müssen. Schwierig. Gut, man hat halt noch eine Minute. Man will die Zeit nutzen. Also von daher ist es vielleicht noch okay. Sneal jetzt wieder mit Smoke. Landet am Set. Sehr gute Smoke. So, Bonax hat da... Da ist in den Anschein doch einer gepusht. Jetzt sind sie raus. Bonax kann zusammen beide machen. Und letzter ist Freeback mit Arbe. Denkt sogar, dass es klein gelegt ist. Hat sie jetzt gerafft. Sehr, sehr gut runtergespielt von Nip. Auch wenn ich da nicht auf den Frakes war. Trotzdem taktisch gut gespielt. Gut die Zeit ausgenutzt. Natürlich kann man das auch schnell spielen. Aber es ist natürlich viel, viel schwieriger. Da die, äh... Die, die Ruhe zu beharren. Ja, und rechts. Nicht mal hingeguckt. Zweite Terrorrunde somit für all. Neunte Overall. Nip hat noch Geld. Wird noch ein gutes Stück dauern, bis sie in die Eko gezwungen sind. Wobei... Das könnte fast sogar die letzte Kaufhunde werden. So, zwei KG, drei Poppe. Ne. Wieder so ein Innen-Contact. Gibt es einen kleinen Tower oder was? Ach so, ich glaube, dass... Man spielt das einfach nochmal jetzt. Das KG zeigt sich jetzt wirklich gar nicht. Innen wird raus-Contacted... Oder auch nicht. So, Nip ist direkt von einfach an zu zweit da. Problem ist halt für Flan. Der steht sogar auf Anti-Flash. Boah, ist das so böse, wenn man den Zoom mitnimmt. Das ist so krass. Hui. So, Nip hat wenig Kontrolle. Meint sich... Oh, get ridden laut, der Sniper hinten. Also, sie stellen sich auch gut drauf ein, muss man sagen. Beide Nip-Spieler ausblind. Die weghält aber KG safe. Xist hält auch MTW safe. Jetzt gibt es erstmal ein paar Frakes und Pronax innen raus. Wird angesagt. Wird geholt von Flan. Schade, da hat diesmal ein bisschen der Innendruck gefehlt wahrscheinlich. Nip aber einfach wieder viel zu stark. Holen jetzt auch das GG. 16 zu 9. Schade, dass AL hier nicht zweistellig... ein zweistelliges Ergebnis eingefahren hat. Trotzdem, schönes Spielchen... schönes CT-Spiel vor allen Dingen von AL. Klar war es ein bisschen zu wenig Runden, aber haben auf jeden Fall gute Runden geholt. Haben den A eigentlich immer gut geretakt. Hat mir gefallen. Ja, wie gesagt, die eine Runde hat ihn dann vorhin auf jeden Fall das Genick gebrochen. Mal gucken, was man von ihm noch in Zukunft sieht. Auf jeden Fall bleibt Nip ungeschlagen auf Raute 1 mit, ich glaube, 8 Siegen jetzt in Folge.